Wir schenkten den alten Prophezeiungen niemals Beachtung. Wie Narren hielten wir an unserem Hass fest und wir kämpften Generation um Generation. Bis eines Tages Feuer vom Himmel fiel und der neue Feind über uns kam. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Jetzt stehen wir am Rande der Vernichtung. Denn die Herrschaft des Chaos hat begonnen.